Zuerst erinnere ich noch einmal an das US-Patent 9924640. Darin wird beschrieben, wie Boeing-Flugzeuge umfunktioniert werden, um Ladungen von jeweils 25 Tonnen sandartigen Nanopartikel in 18'000 Meter Höhe zu bringen. Der Grund, um unser Wetter und unser Klima zu steuern, zu manipulieren. Denn die enthüllt wordenen Wettermanipulations-Patente – sprich Wetterwaffen-Patente – beschreiben ja schwarz auf weiss, wie diese Nanosand-Partikel nach ihrem Auswurf dann bis zu zwei Jahren in der oberen Atmosphäre herumschweben und dann aber allmählich auf uns herabrieseln. Diese entweder lautlos oder in Verbindung mit prasselndem Regen, der dann auf unsere Köpfe niedergeht, aber auch auf die Köpfe unserer Liebsten, unserer Kinder und dann verkleissen sie auch noch unsere Solaranlagen, beschmieren alle unsere Transportmittel, vergiften alle unsere Äcker und und und. Wetterwaffen-Patente 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 Wetterwaffen-Patente